Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mindblakes PvP. Mit dabei ist heute der Andi, beziehungsweise der I'm Destiny. Ja, hi Leute. Ja, wir spielen eine Runde Super Smash Mobs und dazu gehe ich jetzt gleich mal ins Portal, weil ich es kann. Und ja. Ich habe hier schon den Creep und den Enderman. Ja, also ich habe, also ich muss sagen, ich habe, war eigentlich immer der Fan so vom Skelett, aber, ähm, weil ich mag es einfach so gern mit dem Bogen zu schießen, aber, ähm, ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal den Schneemann gekauft, weil ich einfach mal dachte, ja, probiere ich mal was Neues aus. Und ich muss sagen, der gefällt mir eigentlich ein bisschen besser, weil ich, ähm, damit irgendwie mehr gewonnen habe als sonst. Also, von dem her werde ich dich jetzt töten. Nee, ich werde dich töten. Du hörst dich zwar gerade an wie ein Roboter, aber, ähm, das ist halt Skype, da kann man nichts machen. Wie viele Runden machen wir zwei, oder? Wir machen zwei Runden, ja. Oh, da wäre er fast gestorben. Nein, wäre ich nicht. Doch, du wärst fast gestorben. Lava, keine Schund. So. Bumm. Wer ist gestorben? Nein, ich, ich, aber, ey, ich hätte es normalerweise geschafft, aber, ja. Und weh, du zerbärst es mich hier. Und das schaffst du sowieso nicht, denn, ich werde dich zerbärsten. Alter, die zwei machen Team, Alter. Ja, ich hasse Leute, die Team machen. Ja, wir machen aber kein Team, weil Team, finde ich so, teilweise so dumm. Haha. Nein, nein. Boah, ich habe eigentlich beide, oder? Ey, du bist so. Ja, beide. Ey, du hast echt kein Leben. Ich habe halt einfach den längsten. Ja, den längsten Wortschatz der Welt, oder was? So. Was? Nein. Behinderte. Nein, du fucking Pajama. Ja, ja, ich habe sie gekillt. Ich bin der Baba. Ja, mich nicht. Aber ich habe die Spinne gekillt. Ja, und? Und darum ging es mir jetzt eigentlich. So. Willst du jetzt los? Jetzt muss das Skelett noch dran glauben. Hä? Wieso bin ich jetzt so langsam runtergeflogen, wie so ein... Boah. Ja, das Skelett ist leider jetzt nicht tot. Oh, ähm, die Spinne, oder? Ist tot, oder? Das Skelett, hoffe ich, ist jetzt gleich tot, weil ich versuche es gerade zu töten. Hä? Ja. Ich habe ihn gekillt, weil ich der Beste... Boah, die Spinne ist so... Einfach nur behindert, ey. So sind sie. Die, die Spinne, hart total. Ja, sie ist tot. So. Moins, du bist jetzt auch tot. So, ein Leben noch, das tut mir aber leid für dich. Leute, bei meinem Kanal könnt ihr auch vorbeischauen. Ja, gleich mal Fremdwerbung für sich selbst machen hier, ne? Ja, klar. Auch nicht schlecht. Hä? Ich werde irgendwie die ganze Zeit so behindert beschossen? Mein Kanal, I'm Destiny. Ja, er ist eh in der Beschreibung verlinkt. Und er ist auch bei meiner Abobox ganz oben, natürlich. Ähm, wer es noch nicht weiß, er ist mein Bruder. Also, wer es noch nicht gewusst hat, der weiß es jetzt. Und, ja. Ey, ich bekomme die ganze Zeit so behindert Schaden. Ich weiß aber echt nicht, warum. Die ganze Zeit bekomme ich Schaden, obwohl... Ne, 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 ne. Jetzt halt mal bitte deine Klappe. Boah, halt mal deinen Maul. Ja. Ja, perfekt. Ja, und ich mache nicht Minecraft, ich mache nur Call of Duty. Ja, er macht Call of Duty. Er macht jetzt übrigens auch das neue Call of Duty Ghosts. Ja. Äh, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen drüber reden jetzt. Ähm, wie sind sie... Ja, also, ich finde es hammergeil. Ich habe sie am 6. bekommen auf Xbox und bin schon Level 42. Und... Nein, das hat jetzt auch nichts geholfen wahrscheinlich hier. Hilfe. 60 ist ja das Höchste. Ne, ich habe nur noch ein Leben. Ja, also... Ich finde es einfach geil. Free Fall. Lieblingsmap. Aber... Die lohnt sich auf jeden Fall. So, der ist schon mal draußen. Und jetzt kommst du noch. Boah, ich falle da jetzt. Ja, perfekt. GG, Leute, und ich habe gewonnen. Weil ich der Geilste bin. Weil ich der Geilste bin. Ja, ähm... Was sagst du dazu? Also, es ist ja immer so, zum Beispiel, Apple gegen Android. Äh... PS4, ähm... Versus Xbox und... Also, versus Xbox One. Also, immer so der Krieg. Und nun ist es ja auch so, Battlefield versus Call of Duty. Das war schon immer so. Ähm... Bist du eher der COD-Spieler oder der Battlefield-Spieler? Und, ähm... COD, auf jeden Fall COD. Und wo würdest du... Gefäße einfach... Ein paar Teile von Battlefield sagen, ja, das ist bei Battlefield besser. Und was ist bei COD besser? Also, bei COD ist auf jeden Fall, ähm... Das Handling, finde ich, ist besser. Ähm... Man kann ja auch hier Kürzstücks haben. Man sagt ja, bei Battlefield 4, es sollte jetzt auch so Art Kürzstücks geben und so. Ja, sollte es jetzt wirklich. Was ich bei Battlefield 4 besser finde, dass es da so, ähm... Da kann man so herumstehende Autos oder Boote, kann man benutzen und mit denen dann fahren. Das finde ich auf jeden Fall geil. Ja, finde ich auch richtig geil, muss ich sagen. Ähm... Und ich finde auch allein die Grafik und so... Ja, die Grafik... 20 Mal besser als bei Call of Duty. Aber ich muss auch sagen, ich bin eher so der Call of Duty Spieler, weil... Es ist immer so, entweder man mag etwas oder man mag etwas nicht. Also, auf jeden Fall... Werde ich, äh... Würde ich... Battlefield 4 empfehlen. So, auf jeden Fall... Hammergeil sein. Ich werde es mir auch kaufen, aber erst so in... 4 Monaten oder so. Ja, also... Ähm... Bei mir ist es ja so, ich... Ich spiele jetzt hauptsächlich Minecraft, weil das es einfach ist und bleibt einfach mein Lieblingsgame. Da kann man sagen, was man will. Aber, ähm... So von Shootern her bin ich eher... Entweder Counter-Strike, finde ich auch richtig cool, Counter-Strike. Oder eben, ähm... Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts? Ja, Call of Duty. Also, ich meine jetzt überhaupt generell Call of Duty. Aber, ähm... Ja. Aber ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, ich spiele es derzeit nicht. Ähm... Da beim... Da sich die Entwickler... Nein! So gedacht haben. Ja, und jetzt kille ich die Spinne. Ja. Und die Spinne ist hin. Ja, ich bin halt der Geister der Welt. Ja, und, ähm... Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was sich jetzt die Call of Duty Entwickler da gedacht haben. Bei Call of Duty Ghosts, dass ich das Spiel einfach mal... Ähm... Ich weiß nicht, ich finde die Grafik nicht besser als wie in Black Ops 2. Wirklich gar nicht besser. Und dann, ähm... Dass sie das dann mit DirectX laufen lassen, das verstehe ich nicht. Also, ich muss mir jetzt deshalb einen neuen PC kaufen. Ähm... Ich meine, ich kann auch die Grafikkarte wechseln. Aber ich... Wie viele vielleicht noch nicht wissen... Ich spiele auf einem... Er hat einen Mac. Ja, ich spiele auf einem iMac. Und da ist es ziemlich schwer, ähm... Die Grafikkarte zu wechseln. Beziehungsweise wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Weil das ist ja ein Desktop-PC. Und, ja... Deswegen werde ich mir jetzt mal einen... Guten Gamer-PC kaufen. Ein bisschen drauf sparen. Und dann mal hoffen... Ja... Oh, alle gehen auf mich wirklich. Die Spinne. Jeder geht auf mich. Das sind alles Huren. Ihr könnt mich jetzt... Ich verpiss mich jetzt. Ihr könnt mich jetzt echt am Arsch lecken. Bei mir reicht's. Nee. Komm on, Alter. Nein. Fuck mei. Oh, das Skelett. Dieses behinderte Skelett. Komm her. Boah, Alter. Wie ich schon lange nicht mehr mit dem Creeper gezockt habe. Aber immer mit dem... Andermanny. Ah, ja, stimmt. Du zockst ja jetzt erst seit kurzem... Wieder... Minecraft. Beziehungsweise ich musste ihn dazu treten, dass er jetzt endlich mal wieder Minecraft spült. Weil er hängt nur noch... Ich wollte gerade... Was? Weil du hängst wirklich nur noch, muss ich sagen, an C.O.D. Und das ist nicht so gut. Weil ich muss sagen... Oh, geil! Natürlich ist das Spiel geil, aber man wird mega aggressiv. Call of Duty ist dafür da, dass man aggressiv wird. Meiner Meinung nach. Und Minecraft, dass man Spaß hat. Ja! Minecraft! Das macht Spaß, dieses Game. Aber auch nur PvP. In PvP. Nee, ich finde auch das ganz normale Minecraft bauen und so, finde ich richtig geil. Aber Hexen ist das Beste. Und Feetabees. Und Snacket. Nooo... Nein! Du kannst dich jetzt ficken hier! Haut ab! Hau ab! Auf jeden Fall wäre bei meinem Kanal Hr10 MW3, MW2, Blackfish 2 und Ghost-Fauchzeichen. Sobald bei mir Ghost funktioniert, okay, das Skelett habe ich jetzt mal aus dem Rennen gegeben. Also bei mir Hauptsache Ghost, eigentlich nur jetzt mal Ghost, aber ich so viel rauskippen, ey. Das ist ja nicht normal, was ich da mache. Unnormal! Okay, ich habe gewonnen! So, Applaus für den Barber. Und, äh, ich erzähle, war das jetzt auch schon die zweite Runde, oder? Aber wir machen ja noch keine. Okay, Leute, wir machen jetzt noch eine einzige Runde. Und, ja. Also ich nehme wieder den Schneemann, weil ich jetzt nicht gewinne damit meißen. Und, ja. Also, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kommt bei mir mal so ein COD-Video, ähm, also Ghosts, wenn ich dann einen Gamer-PC habe. Aber was ich jetzt echt gerne von euch wissen möchte. Also gestern, ähm, wurde ja das neue Add-on für World of Warcraft, ähm, vorgestellt. Also dieses Warlords of Drano, oder keine Ahnung, wie das heißt. Warlords, das heißt, das ist das Erweiterungs-Pack. Ja, und ich muss sagen, so wie ich es jetzt gesehen habe, fand ich es richtig geil. Also ich fand es jetzt auch ziemlich geil, weil ich ja WoW-Spieler bin, aber... WoW-Spieler. Du spielst es jetzt nur noch selten, leider. Aber ich, 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 es ist so. Ich, ich, ähm, hab früher mal WoW gespielt und hab dann irgendwann mal damit aufgehört, weil ich hab einfach viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Und, ähm, jetzt möchte ich aber eigentlich ehrlich gesagt wieder damit anfangen. Aber nicht mehr mit so Sachen kaufen, sondern... Nee, ich will jetzt wirklich nur noch ernsthaft ganz normales WoW zocken, das auch Spaß macht mit anderen. Und, ähm, und, ja, ich freu mich aufs, äh... Boah, du bist so eine Missgeburt, ey. Ähm, auf jeden Fall... Boah! Dieses Skelett, ey, das nervt mich. Ja, das nervt mich auch, Alter. Der hat echt keine Eier, ey. So, und jetzt hab ich den. Tschüss. Ich mach den, was ist mit dir, Alter? Der ist tot. Weil ich sagte, ich mach den. Oder? Hä? Wieso lebt der jetzt noch? Komm her! Nein! Nein! Boah! Hä? Du hast mich gekillt? Ja, klar! Das wär das ja so logisch, ne? Du, du bist ja auch der Killer. Ja. Ja, klau mir ruhig den Killer, ey. Du bist echt unnormal. Nein! Wieso fall ich denn da durch? Ah, kleine Eier, Mann. Du bist der Eier, Mann. Der keine Eier hat. So. Hä? Schleich dich. Boah, Alter, Mann, her auf! Das ist nur für Loops, ey. Ne, das ist ganz normale Attacke vom Meer. Oh! Ach, Mann. Ich wär jetzt fast nur geflogen, und dann wär ich so... ein Epic-Failer gewesen. Oh, ziemlich. Ja. Danke. Für den Schuss. Wo ist er denn? Ne! Boah, das ist ja... Oh, beide sind gestorben. Oh! Spannung, stopp. Spannung! 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 So, und... Kill ich den? Kill ich den? Ja! Ne! Doch nicht. Schade. Hä, macht ihr Team? Was soll die Scheiße? Nein! Hä? Wieso habe ich Schaden bekommen? Würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Hä? Ich bekomme ständig Schaden. Glaube ich zumindest. Okay, ein Leben habe ich noch. Was? Du hast noch ein Leben? Boah, Alter, ich bin tot. Was? Versuch mich hier nicht abzulenken, ja? Das gefällt mir nämlich nicht. Und dann... Er lebt noch immer. Das ist ja unnormal, ja. Hä? Nee, Alter, verpiss dich. Alter, warum kriegst du Schaden? Ich weiß es nicht, warum ich... Ich bekomme von meinen eigenen Schneebellen Schaden. Nein! Tschüss! Nee, Alter! Bei 20.000 Likes. Likes! Stierfst du! Nee, ich lebe. Oh, das tun wir jetzt aber echt. Hä? Nein! Nein! Okay. Seh mich jetzt auf. Ich gehe jetzt in den Kinomodus und gucke euch zu. By your ears kind. Ja, ähm... Ja, ähm... Also ich... Möchte jetzt... Äh... Mann! Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie so ein Hardcore-WOW-Zocker werden, der dann irgendwie kein Minecraft mehr spielt, sondern nur noch WOW. Nee. Ich möchte einfach wieder mit WOW anfangen, aber halt... Alter! Aber trotzdem, Gigi. Nein, nächste! Gigi. Und ja, also vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Lust auf WOW. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, das waren jetzt, finde ich, drei amüsante Runden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich stürze mich wieder in Ghost. Nein, du stürze dich jetzt nicht in Ghost. Wir spielen jetzt wieder ein bisschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Schaut bei meinem Kanal vorbei. Macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Schaut bei meinem Kanal vorbei.